So, hi und hallo mal wieder. Ja, das sind sie jetzt. Die letzten Boblins-Tüten. Oder rebe ich einfach unverbesserlich drei Sammelfiguren. Die dunkelblauen, die hat man ja jedes Mal gekriegt, wenn man das Bonus-Heft voll hatte. Die hellblauen kann man kaufen. Aber das sind definitiv die letzten, die man bekommen kann. Oder ich bekommen habe. Ich musste in drei verschiedene Rewe-Läden fahren, um meine sieben Boblins zu bekommen. Aber jetzt schauen wir natürlich mal rein, welche Boblins ich bekommen habe. Und wie gesagt, es sind wirklich die letzten. Wenn ihr Glück habt, gibt es Montag, eventuell Dienstag noch welche, wenn ihr eine Rewe habt, wo die nicht so begehrt gewesen sind. Aber jetzt kommt es. Boblin Nummer 1. Das Schweinchen. Na. So. Boblin Nummer 2. Und wer meine Videos kennt, weiß, ich mache gleich eine andere Einstellung, dass ihr sie besser sehen könnt. Und jetzt hole ich... Nein. Das kann es doch nicht sein. Ich hoffe mal nicht, dass es jetzt so weitergeht. Nein. Ich habe wieder einen von meinen Tic Tacs. Oder Minions. Das Schweinchen, das verfolgt mich jetzt aber absolut. Aber vielleicht kann ich hier den Haarzopf der Schraube dran schrauben oder kleben. Ihr wisst ja schon warum. Weil es sind wieder drei Stück da. Ja, das beliebteste Boblins-Figur. Ein Einhorn. Ist ja wirklich zur Zeit die Lieblingsfigur von Boblins. Oder ich einfach unverbesserlich drei. Warum? Weiß ich nicht. Ich lese es bloß immer wieder. Sechste Tütchen. Jawohl. Noch ein Einhorn. Richtig cool. Habe ich jetzt auch drei Stück, glaube ich, von. Aber sehen wir ja gleich. So, das ist es nun. Das siebte und letzte Boblins-Tütchen bei mir. Ja, ihr habt richtig gehört. Weil die Auktion ist ja vorbei. Sammeln lohnt sich nicht mehr. Die Figuren dran zu kommen ist richtig schwer. Eventuell kann man sie noch kaufen. Wo versuche ich natürlich unter dem Video zu verlinken. Aber jetzt schauen wir natürlich in die siebte und letzte Boblins-Tüte von mir hinein. Nein, ihr ahnt es schon. Nein, aber ein anderes Schweinchen. Einmal der Gegenpart. Also, das sind jetzt meine sieben Boblins, die ich gefunden habe oder gezogen habe. Ich werde mal eben die Kamera umstellen und sage deswegen, bis gleich. So, und das sind sie nun die letzten sieben Boblins-Tüten, die ich aufgemacht habe. Das habe ich drinne gehabt. Ein Minions. Zweimal das Einhorn. Dreimal die Kleine, die auf dem Schwein sitzt. Und einmal sie, die auf dem Schwein sitzt. So, und jetzt wollen wir gucken, wie viele Sorten ich habe oder verschiedene Motive. Hier habe ich noch ein Schweinchen. Aber ein anderes Motiv. Hier ist wieder dasselbe, was ich gezogen habe. Einmal ein Einhorn. Insgesamt drei Einhörner. Der Bruder auf dem Autoscooter. In weiß. Einmal. Und dreimal auf dem Autoscooter. Sein Bruder. Das sind schon mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben verschiedene. Und jetzt kommt's. Einmal ein Minions mit einem Auge. Lächelndes Gesicht. Einmal ein Minions mit einem Auge. Ein bösen Gesichtsausdruck. Einmal mit O. Das sind schon mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn verschiedene. Dann diesen hier vorne, zweimal dazu. Bleibt es bei zehn. Einmal mit das O. Bleibt bei zehn. Dann dieser Minions mit zwei Augen. Lächelt. Das ist mein Elfter. Also elf verschiedene habe ich. Weil den habe ich ja auch dreimal. Und dann nochmal dreimal den ersten, den ich auch habe. Ups. Absturz gefährdet. So und bevor ihr jetzt fragt. In den Kommentaren. Warum haben diese sechs Minions oder zwei verschiedene, jeweils drei, eine Schraube im Kopf? Einige von euch werden mein Video kennen. Weil ich weltweit den ersten Minions Fitchenspinner Wobblins gebaut habe. Ja, ich bin wirklich der erste und der einzigste, der bis jetzt ein Wobblins Fitchenspinner hat. Wer das Video kennt, weiß es ganz genau. Wer es nicht kennt, ich werde es natürlich versuchen. Oder ich mache es. Ich mache mein Video Minions Fitchenspinner. Verlinke ich hier unter dem Video. Dass ihr alle nochmal anklicken könnt und wisst, was ich damit gemacht habe. Und wie cool das geworden ist. Auf jeden Fall. Und da, wo ich jetzt die meisten Doppelfunnen habe. Nämlich. Das Einhorn, das Mädchen mit den, auf den Schwein oder Fertel, ist ja noch nicht ausgereift. Versuche ich jetzt auch Schrauben im Kopf zu machen und auch mit, auch ein Fingerspinner oder Fitchenspinner zu bauen. Weil drei und drei. Die muss man ja immer haben, um dagegen zu streuen. Oder nur einmal drei. Aber wer meine Videos kennt, mit Minions Fitchenspinner, weiß ganz genau Bescheid. Also, meine Ausbeute sind sechs verschiedene Wobblins. Und überall, wo ich von drei habe, die kriegen eine Schraube im Kopf. Auf jeden Fall. Also, das waren sie jetzt. Die Rewe-Aktion. Mit den Wobblins. Leider ist sie vorbei. Ich habe sie nicht alle zusammen bekommen. Vielleicht werde ich mir das eine oder andere mal irgendwo mal besorgen, der mir noch fehlt, wenn er mir gefällt. Aber ansonsten. Eine coole Sache gewesen, mal wieder. Eine schöne Sache, wie ich finde. Ihr schreibt mir natürlich alles in die Kommentare, wie ihr die Wobblins gefunden habt. Und wie viel ihr zusammen bekommen habt. Wenn ihr sie gesammelt habt. Bei denen sie nicht gegeben hat, versuche ich natürlich unter dem Video zu verlinken. Wo ihr sie sicher und bequem bestellen könnt. Weil günstig ist eine andere. Da wird der Einhorn. Ihr hört jetzt richtig. Der Einhorn für sechs Euro gehandelt. Das kann es doch wohl nicht sein. Und diese Wobblins zwischen drei und fünf. Die Minions. Aber wer sie natürlich hat. Der Barbarerewe einkaufen. Also wie gesagt. Wo ihr die Wobblins sicher und bequem bestellen könnt. Werde ich unter dem Video versuchen zu verlinken. Ansonsten mein Video, warum diese Wobblins eine Schraube im Kopf haben. Werde ich natürlich auch unter dem Video verlinken. Weil das ist mein Minions Fitchenspinner. Wobblins, Wobblins, Fitchenspinner. Weltweit der Einzeste. Und ich hatte die Idee. Das ist richtig cool. Also, wie gesagt. Wie viel ihr habt, schreibt es mir in den Kommentaren. Wie ihr die Aktion gefunden habt, schreibt es mir in den Kommentaren. Und, und, und. Ansonsten war es das mal wieder. Und sage wie immer. Bis demnächst. Guckt hin. Und schaut zu. Guckt hin. Guckt hin. ig'm. Musik.